und mit dem Bus im Lennon die Schlau-Morren wenn er so der Schlau-Morren ist hier im Hintergrund richtig alle ja in seinem Kanal hier unten in der Videobeschreibung wir haben aktuell 2 20.000 Euro und nur ein Bus er kann nur 20.000 aber sei gar 20.000 ja das heißt wir können uns keinen Bus leisten nein wir müssen einfach fahren na gut dann fahren wir mal äh ja wir machen eine gemeinsame Firma es ist realistisch es ist auch schwer eingestellt und wir können pleite gehen ja ich wollte mal sagen wir legen los einfach und go ich kontrolliere ja noch ach du musst kontrollieren oder was? dann will ich fahren oder was? ja ok oder soll ich fahren? mega ne? ok pass auf dann fahr ich ja Rito hallo? 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 den haben wir jetzt auch hallo? 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 alles klaro? das ist reaktiviert äh fahrsimulation realistisch richtig wieder einladen hallo? 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 ja ich bin da klar ist ja das funktioniert doch er läuft äh ich sag mal lieber jetzt nichts dazu ok hallo? lass mich rein hallo? 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 privat und so monatsfahrkarte bitte monatsfahrkarte gerne doch tut mir leid ich habe einen einzigen Tag oder woche ne denn eben nicht dann fahr ich schwarz mit ist kein Problem so ich würde mal sagen ähm schönen Bus haben sie ist denn neu? hallo? ist denn mein Gang rein? weiteres ganz neu du bist doch auch selber im Bus immerhin dabei Nee, bin ich nicht. Siehst du aus? Sieh mich nicht. Einmal diese Nachtdienste hier, Mannometer. Ja, weißt du Bescheid? Hallo! Hallo! Guten Tag, willkommen bei einer neuen Firma. Hallo, willkommen. Einmal Tag, einmal Standort, bitteschön. Dann kann ich helfen, junge Damen, hallo! Danke. Eine Backe. Hallo! Ich lasse durch, kein Problem, bitteschön. Eine Woche, Senior, gehst du noch als Senior durch, ist in Ordnung. Haben sie dich aus dem Pflegeheim rausgelassen, oder was? Aber es ist um die Uhrzeit. Ob das gut geht? So. Ach, da will noch einer. Eine Tagesfahrtkarte, einmal, äh, was? Eine Tagesfahrtkarte, Standard, okay. Ach, 6,60 oder so. 6,20, okay, ist so gut. Okay. Aber Preise erhöhen hier. Ja. Ja, ich muss ja dich noch bezahlen. Richtig. Krieg ich mein Gehalt, endlich. Ja, aber ich arbeite hier so schwer. Hallo? Ja, und? Hallo? Ich bin doch nicht, ich bin doch nicht so alt wie ich aussehe. Ja, danke schön. Na klar. Jo, danke. Hallo? Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mountie. Jo, danke. Hallo? 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 Guten Tag? Sorry, ich mach's leiser. Ja, nicht leiser. Hier, Fahrkarte her. Dankeschön. Hallo? Ich geh mit dir um den Omi im Reinen. Hallo? Guten Tag? Hallo? Oha. Hallo? Hallo Omi, kann ich Ihnen helfen? Wollen Sie mitfahren? Tschüss. Tschüss. Willst du eine Fahrkarte haben? Aber natürlich kannst du eine Fahrkarte haben. Wochestück. Einmal Einsteigern. Mit allen Einsteigern sind schon viel selbsttätig. Dankeschön. Also Schwede, was hast denn du für eine Strecke rausgesucht? Warum? Natürlich wollen wir eine Wochenkarte. Natürlich wollen wir eine Wochenkarte. Hallo. Bestimmt, weil du wissen, dass du Kontrolleur bist. Am Ende der letzten Folge. Kann gar nicht. Ich sehe so unerfällig aus. Was? Da geht auch noch nicht bei mir als Senior und Ruhig, der hat sich kontinuiert von mir gesetzt hat. Ich guck mal seinen Rentenantrag an. Kein Problem. Hallo. Haben Sie den Rentenantrag mit? Ja, haben wir Rentenbescheid oder sowas. Hallo. Ja, danke schön. Passt. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Zweimal noch. Ja, danke. Was? Ach so, hier. Ja, danke. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Äh, hier ist die Fahrkarte. Klar. Ihr hört jemanden bei Musik an? Hallo. Ich mach's leiser. Ja, aber man fällt Ihnen ein. Ich glaube nicht. Hab ich Ihnen schon gezeigt? Danke. Hier. Hier. Danke. Wir sind ein Junge. Unserer erste gemeinsamer Fahrtchef. Jujujui. Unvergesslich. Ich auch. Was ist Gethavins Lieblingsfuß? Ananas... Eee, junger Mann sitzta auf dem Müll, aber ist egal, bleibt aber draufsitzen, kein Problem. Junge Mann, sie sitzta auf dem Müll. Der lasst auf dem Ding drauf. Ich muss zu dem... wir haben eine wochen vorkommen hallo die woche ist leider vorbei, tut mir leid, es war aufverkauft hallo eine Tagesvorkarte, Standard 620 13 Euro alle einsteigern bitte die wilde Fahrt geht weiter danke, ich fahr noch langsam hallo haben Sie die Karte auch wirklich mitgenommen? hier ist die Fahrkarte Jo, Schiff hat gut gearbeitet oh, sehr schön, zeig mal ja, ich weiß oh Gott, warte denn wo stellen kann der? in der Nacht fährt sich zu schlecht fährt sich jedes mal fest oh ne, Nacht, ich find's Nacht echt gemütlich ich kann mal gut durchfahren wir sollen immer nachts fahren sind die Nachtlinie hallo ja, ne? du bräuchst mich auch mal wieder hallo, guten Tag tschüss tschüss oh Gott, mehrere Fahrkarten mädet du ja, was denn jetzt mehrere Fahrkarten auf die Türkei zu blockieren etwas dann, danke danke auch ich brauche eine Fahrkarte eine Tagesvorkarte einmal Student lass mal bitte wo ein Student heißt, wir müssen uns dann bitte zeigen ja, mach ich kein Problem danke bitte hallo hallo guten Tag hallo, ständ noch was bitte Bomi ist gut zugetragen na klar jo, dankeschön hover er schloss ich habe ihn zum lótchen Tschüss hallo guten Tag oh nein ooooo hier, bitte ooo eins von vorher äh hier ist die Fahrkarte danke und hier ist ein Foto meiner Katze oh nee sie heißt Bounce ooooh süß aber sie herangegründer Foto das ist sehr süß meine Katze ents bisschen Nee, gar nicht. Ja, doch. Nee. Maunzi. Sobald. Fisch die ins Ende, oder wat? Feierabend. Letzene Halt. Ja, Feierabend. Nein. Ich will raus hier, hein? Bleib mir aus. Wir fahren noch in die Garage hier. Nee, können wir nicht. Komm, jawohl. Warum können wir das nicht auf einmal? Hä? Der Multiplayer geht auch nicht. Erklär mir bitte das Absenken. Du kannst doch gar nicht selbstverständlich absenken. Warum kriegst du für das Absenken immer nur einen Punkt? Ich auch immer nur. Warum? Ich kapier das nicht. Ist mir zu hoch. Ja, eben. Warum kriegst du dafür immer nur einen Malpunkt? Du kannst dich doch gar nicht beeinflussen. Von daher, totaler Quatsch. Das ist doch nicht verfügbar. Bitte die Fahrt abschließen, um die Ergebnisse hier einzusehen. So, dann Dankeschön und bis mit Marge. Äh. Gut, äh. Bus lackieren.